Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es darum, was wir im Entwurf tatsächlich machen. Das heißt, wir haben jetzt, sagen wir mal, die Architektur fertig soweit. Wir wissen, wie die Module alle gegliedert sind. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen und endlich mal an ein Klassendiagramm gehen. Also wir müssen nicht alles in einem Klassendiagramm definieren, sondern wirklich nur so grobe Sachen, damit der Programmierer am Ende weiß, was er da zu tun hat. Also was am Ende tatsächlich hier rein muss. Und da kann es öfters mal passieren, dass wir auf ein Problem stoßen. Und zwar zum Beispiel haben wir keine Ahnung, wie wir irgendwie, naja, sagen wir mal, eine neue Klasse oder eine Instanz von einer Klasse erstellen sollen. Konstruktor ist nicht unbedingt die beste Lösung, weil wir da irgendwas nicht machen können, was wir eben machen wollen oder sowas. Es gibt Probleme, zum Beispiel, wenn man irgendwie was machen möchte. Und genau für solche Probleme, also ich habe es jetzt wirklich sehr allgemein formuliert, es gibt sehr, sehr viele Probleme, auf die man da stoßen kann. Und klar, man kann sich selbst eine Lösung überlegen, aber eigentlich ist hier erstmal der Weg, okay, ich entwerfe. Und wenn ich auf so ein Problem stoße, dann habe ich ein Entwurfsmuster, was mir vielleicht helfen kann. Und Entwurfsmuster sind sozusagen wirklich, da haben sich Software Engineers, also tatsächlich Leute, die das jahrelang gemacht haben, wirklich nur solche Klassendiagramme zu entwerfen, quasi nichts anderes gemacht. Und die haben sich überlegt, okay, Mensch, ich habe das Problem jetzt schon zum 128.000. Mal und ich habe keinen Bock mehr auf dieses Problem. Ich habe zehnmal mindestens dieselbe Lösung genommen. Die anderen 127.000, 990 Mal habe ich mir was einfallen lassen. Das ist doch total bescheuert. Okay, was man jetzt also macht, ist, man hat sich diese Entwurfsmuster, so heißen die, hat man sich einfach formal aufgeschrieben, hat sich überlegt, okay, wie kann ich eine Lösung für ein bestehendes Problem tatsächlich angehen. Das heißt, was für Lösungen habe ich denn, wie kann ich vielleicht auch hier irgendwie so ein Problem einfach umgehen. Und dabei möglichst am besten auch noch irgendwie meine Entwurfsstrategie beibehalten, also nicht irgendwie die Architektur entfernen oder sonst irgendwas machen oder sagen, ab, das Feature gibt es nicht, ich habe keinen Bock das zu entwerfen oder sowas. Und ja, wie gesagt, dazu eben diese Entwurfsmuster. Letztes Mal haben wir uns schon das Model View Controller Pattern angeguckt. Das ist ein Entwurfsmuster Pattern, heißt Muster, nur für die Leute, die mit Englisch nicht ganz so konform sind. Und ja, das ist sozusagen die Best Practice, die von einfach erfahrenen Menschen aufgeschrieben wurde. Das heißt nicht, dass man es machen muss. Muster sind auch wirklich nicht dazu da, um einfach so eingesetzt zu werden, sondern wenn man auf das Problem stößt, dann kann man sich an ein Muster wenden. Man kann es auch abwandeln. Das ist wirklich eine sehr, sehr lose Strategie eigentlich. Man kann es auch verändern, man kann es anpassen, so wie man es eben gerade braucht. Es liefert nur so einen Gedanken, wenn man, also keine Software ist irgendwie gleich in dem Sinne, außer man kopiert natürlich, was man nicht darf. Also muss man natürlich immer überlegen, okay, macht es jetzt in meinem Fall Sinn? Gibt es vielleicht was Besseres? Was möchte ich genau machen? Und deswegen, die Muster sollen einfach nur so einen kleinen Stups vielleicht geben, in die richtige Richtung und helfen dabei. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich mache hier mal ein Einleitungsvideo, weil das wird auch immer ganz gerne falsch verstanden. Man muss keine Muster einsetzen, man kann sie einsetzen. Und wenn sie halt gerade nicht passen, dann passen sie nicht. So, es gibt vier große Kategorien von Mustern. Wir werden in der Reihenfolge auch dann durchgehen. Und zwar Creational, Structural, Behavioral und Concurrency. Warum ich die Namen jetzt hier auf Englisch gemacht habe, ist einfach, weil ich hier die Namen immer dauerhaft auf Englisch machen werde von den Mustern, denn dann kann man auch danach googeln, wenn man irgendwas nicht perfekt verstanden hat bei mir. Man kann mir natürlich auch jederzeit Fragen stellen, aber das ist was anderes. Und die ganzen Bücher, die ihr in dem Zusammenhang sehen werdet, die sind auch alle auf Englisch und ich finde irgendwie auf Deutsch hören sich die Muster teilweise sehr, sehr merkwürdig an. Deswegen, naja, alles mal auf Englisch hier. Also nur die Überschriften logischerweise. Ich werde weiterhin auf Deutsch reden, keine Sorge. Okay, Creational bedeutet so viel wie Muster zum Erschaffen von neuen Instanzen, von, ja, erschaffen eben. Also alles, was mit irgendwie Erschaffen von neuen Instanzen zu tun hat oder generell von Erschaffen zu tun hat, wird hier in Creational Patterns fallen. Dann Structural bedeutet Patterns, die die Beziehungen zwischen zwei verschiedenen Klassen oder Entitäten oder wie auch immer klarstellen. Das heißt einfach Sachen, die vielleicht Klarheit reinbringen, das Ganze vielleicht erleichtern können, auch wirklich den Entwurf erleichtern. Darum geht es ja am Ende auch, dass man auch wirklich sehr, sehr leicht sagen kann, okay, hier, bitteschön, hast du was? Genau, dafür sind Structural Patterns da. Dann die Behavioral Patterns. Die sind dazu da, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Entitäten oder Klassen genauer zu strukturieren. Das bedeutet, wenn jetzt Klasse A an Klasse B irgendwas schicken möchte, irgendwelche Daten oder sowas, das wird in einem Behavioral Pattern wiederfindbar sein. Und Concurrency bedeutet logischerweise Nebenläufigkeit, das heißt irgendwie Multithreading, alles was darunter fällt. Also wenn man irgendwie mehrere Threads hat oder sonst irgendwas, Prozesse, keine Ahnung, kann man alles haben. All das wird man in Concurrency wiederfinden. Klar, die Dinger sind sehr, sehr abstrakt und genau das ist auch der Sinn dahinter. Man möchte nämlich eine möglichst allgemeine Lösung haben und sich daran einfach dann orientieren können. Also wie gesagt, die müssen angepasst werden. Die geben nur so eine grobe Guideline, wenn ihr irgendwie eure Software entwerft. Okay, das war es erstmal als Einführungsvideo wieder mal und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!